Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Resident Evil 2. Wir sind jetzt im Labor und werden weiter gucken. Also, dann wollen wir mal schauen, wo wir weiter gehen. Ich glaube wir müssen hier lang. Und sind wir. Da müssen wir lang. Hab ich gewusst, ich wollte euch nur testen. So, da haben wir der Gerät. So, jetzt können wir nochmal wieder in den Schlafbereich mit unseren Modulen. So, wir brauchen Aus. Okay, das passt. Gut, wir haben schon eingepackt, alles. Warte mal, geh mal her. So, Wayne Lee's Notiz. Mein Gott, Blut überall. Was zur Hölle geht hier vor? Sie sind alle tot. Äh, sie sind tot. Alle tot. Das waren diese Männer in Schwarz, USS, die Spezialeinhalb vom Hauptquartier. Aber warum ist ihre Aufgabe nicht uns zu beschützen? Weiß sie hier in einer roten See. Das kann nicht wahr sein. Mein Gott, warum? Haben nicht alle gesagt, ich bin ein Genie? Ein Genie wie ich kann nicht an so einem Ort sterben. Ich habe immer Ergebnisse geliefert. Die verarschen mich. Dann verarsche ich die. Ich gewinne den Nobelpreis. Den Nobelpreis. Ich bin ein Held. Ein Genie. Ein Gott. Ich werde nicht sterben. Ich werde... Äh, offenbar schon. Und wir lassen dich jetzt in der Ruhe. Warte. Raum ist leer. Darfst du ja jetzt allein für dich hinstellen. Du, 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 du. Du, du, du du. Ich bin ziemlich weit runter. Tja. Ziemlich weit runter. Das haben wir, glaube ich, in der Leon Session auch nicht gemacht gehabt, dass wir den Wayne Lee gefunden haben. Aber das macht ja nichts. Das haben wir jetzt getan und damit haben wir unsere Tasche auf die holste Stufe aufgewertet. Jetzt sind wir hier wieder im Blumenparadies. So, jetzt müssen wir schauen. Crowd. Oh, Crowd. So. Was ist da? Nichts. Cheese Pulver? War es das schon? Cheese Pulver rein, Crowd rein. Den Modulator nehmen wir noch weiterhin mit. Und was haben wir gerade... Okay. Oh, Gott. Das ist schrecklich. Ja, das ist absolut furchtbar, wie der hängt. Dass er sich nicht einfach loslässt. Senior Staff Clearance required for Computer access. Genau, was wir auch vergessen haben beim letzten Mal, war da ran zu gehen. Jetzt würde mich interessieren, können wir hier mit Strom was werden? Genau, klar. Oh. Der zappelt mir zu viel. Weil der will ja wohl kaum jetzt in Flammen aufgehen, also... Son of a bitch! Naja. Komm. Dann geben wir ihn halt davon einen mit und dann laufen wir dran vorbei. Aber ansonsten brauchen wir, glaube ich, Brandmunition. Und davon haben wir derzeit keine. So, warte mal. Wie war das noch gleich? F... Ich weiß es gerade nicht mehr. Dürfen wir so hier raus? Das ist schon mal nicht schlecht. Oh. Verkehr drum ist F, Doppelpunkt, F, 2 Strich. So, verkehrt rum ist F, Doppelpunkt, F, 2 Striche. So. Damit ist der Weg für die Leiter offen. Das können wir schon mal mitnehmen. Nicht? Dispensing, zurück, now. Ich frag mich, die Mucke war gerade da gewesen. Haben wir die jetzt erst damit zum Leben herweg? So, mal kurz gucken. Hier haben wir alles. Da liegen sie zu wurscheln. Mhm. So, danke. Da kommen wir noch nicht ran. Hier lag beim letzten Mal noch was rum. Richtig. Ja, nochmal Schießpulver. Hier haben wir jetzt gerade nichts. Du hast noch eine Granate dabei. Das ist auch nett. Okay, dann haben wir hier schon mal alles. Ihr seid ja so nett, oder? Ja, danke schön. Also, das sieht so aus, als wachsen die gerade wieder nach. Was hatten wir hier hinten? Yay, Karte des Labors. Und? Noch mehr. Und? 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 Die waren auf jeden Fall noch lecker. Und hier kommen wir jetzt gerade nicht rein. Wir müssen dazu wieder Strom generieren, ne? Fehlt die Spannung. Der Schatten ist super. Da liegen vier Ärzte. Es stellt sich die Frage, ob man da hinrennen sollte. Eben den Strom einschalten. Und dann direkt weg. Einfach so, weil man es kann. Was wir erstmal machen könnten. Hier kombinieren. Dann nicht weg. Die werden nämlich vermutlich alle direkt aufstehen. Wir brauchen Urf. So. Urf. Jetzt haben wir Urf. Okay. Urf benutzen. Das ist schön. Noch stehen die nicht auf. Oh. Mitnehmen. Eins. Hm. Letztes Mal war da eine Statue mit einem Code drauf. Das kann natürlich sein, dass sich das mit schwer ändert. Ein Messer, was wir nicht mehr mitnehmen können. Oh. Das ist wie einer an. Bandmunition wäre gar nicht mal so schlecht, wenn wir die jetzt, glaube ich, so langsam mitnehmen. Das, den können wir mal eben nachladen. Trotzdem weiterhin behalten wollen. Ähm. Und die packen wir lieber mal weg. Dafür nehmen wir dann... Wo bist du jetzt? Entsortieren so. Dich nehmen wir mit. Und dazu gehörige Munition. Hm. Schießpulverkern weg. Äh, ja. Warte. Messer mal eben einsammeln. Was liegt hier noch so rum? Nochmal hochwertiges Schießpulver. Also hochwertiges Schießpulver haben wir erstmal eine ganze Menge. Das können wir auf jeden Fall aufrüsten. So. Das kommt weg. Ein Messer. Da fühle ich mich auf jeden Fall hier schon mal so ein bisschen besser, wenn das hier ein wenig aufgeräumt ist. Dann auch weiß, wo ich was finde. Alles klar. Speichern brauchen wir gerade nicht. Das wissen wir. Okay, für Strom haben wir gesorgt. Ich glaube nur, warum ist hier jetzt eine Statue. Aber die Licker, die werden bestimmt gleich kommen, wenn wir dorthin gehen. Also sollten wir gerade auf den Köln trennen. Oder einfach hier. Tschüss. Okay, der hat sich aus dem Staub gemacht. Das ist auch in Ordnung. Was denn hier mal hier? Ah, warte. Da ist sie ja, die Trophäe. Untersuchen. So, da haben wir das, 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 das. Okay. Damit kommen wir auf jeden Fall dazu, dass wir das eintreten können. Also, wir haben fünf neue Posteingänge. Was hat er davor? Kommst du glauben, das kam mal so ein Arschloch, glaube ich. Ja, das hatten wir auch bei der Leon Kampagne. Brauchen wir jetzt ja in der Regel nichts machen. Warum schreien die so? Und nicht, die können hier rein. Das wird noch fehlen. Oder der Licker hört uns. Weil wir hier drinnen rennen. Kann das sein? Weil klar kann das sein, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit finde ich doch eher so. Ziemlich gering, dass das der Fall ist. So, hier haben wir das Treppenhaus. Und da. Hallo Doktor. Hab da was für Sie. So ein paar Schüsse ins Gesicht. Haben Sie da eine Heilung für? Ausruhen. Okay. Bleib da liegen. Echt jetzt? Okay. Was? Hier? Nee. Doch. Hm. Da brauchen wir einmal die hier. In your Bauchnabel. Blatt. Und dann? In your face. Echt jetzt? Das hat nicht gereicht. Oh, hi. Das ist so ein Witz, ey. Noch einer? Wo bist du? Da. Wie schreit, ey. So, leg dich erstmal hin. Doktor Dully wieder unterwegs hier. Spaß mit dir. Spaß nicht. So. Das muss... Aber warum... ist da jetzt diese Musik... Hm. Jetzt die auch wieder? Das check ich jetzt nicht. Notiz sei es unbekannt. Alle sind verwandelt. Pflanzen geworden. Sie kommen zurück. Immer, immer, immer wieder. Brennt sie alle. Verbrennt sie. Bis ihre Körper schwarze Arsche sind. Einen anderen Weg gibt's nicht. Ja, das hab ich gemerkt. Hab's probiert. Wollte aber nicht fertig brennen. Jeder guckt euch den Scheiß an. Naja, andererseits... ...müssen wir nochmal wieder ins Treppenhaus hier. Aber ins Temperatur-Testlabor. Also vielleicht doch. Vielleicht doch. Da müssen wir mal eben was wegpacken. Die können wir wegpacken. Die können wir wegpacken. Wir brauchen ja nicht zweimal Heilung dabei. Das Trophäe nehmen wir noch eben fix mit. Was? So. Oh. Fuck. Jetzt zappel für mich. Und tu auch. Und jetzt bitte trennen. Komm schon. Ey. Wie viele davon muss man in euch jagen? Wie viele? Der ist hin. Also muss ich die zweimal mit Elektro abschließen? Und dann einmal verbrennen, oder was? Kann doch nicht der in Ernst sein. So. Jetzt muss ich im Lab... Was ist das? Scheiß. Ernst, oder? Warte mal. Okay. Der ist eingemüßt. So, komm her. Jetzt brennt ihr nämlich beide. Schön. Schön. Und dann... Da hinsch. Wer... Echt jetzt? Das hier... Das ist nicht wahr. Oh Mann, ey. Unsinn. Das Problem ist jetzt bloß, die Tür... Der liegt da jetzt? Oh Mann, Mann, Mann. Deswegen habe ich nämlich die Statue nochmal mitgenommen. Nur nochmal eben zum Gucken. So. S-I-Häuschen-Doppelpunkt. S-I-Häuschen-Doppelpunkt. Also, S-I-Häuschen-Doppelpunkt. Äh, ja. Ja. Hauptsache, man konnte es dann erkennen. Das ist ja das Wichtige, ne? Dass das einen Wiedererkennungswert hat. Sodass man damit arbeiten kann. Ist da oben hin, sollen wir es voll machen? Ja, dann können wir es da abpumpen. Und dann können wir es da abpumpen. So. So schon richtig, ne? 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 das ist unsinnig dann hätte ich auch alles drin lassen kann damit haben wir alles aufgefüllt dann machen wir das dort mal hin da haben wir gleiches problem jetzt ist okay jetzt passt es stirbt langsam galonsystem aber jetzt haben wir es das ist das wichtigste wir haben die lösung sowohl fürs rätsel als auch für den rest so wir latschen hier einfach mal durch drauf geschissen ich meine von dem typen können wir ja jetzt eigentlich nicht wieder geholt werden wir haben nicht viele patronen dabei aber wir müssen wir müssen ziemlich weit weiß es nicht aber vielleicht können wir dabei gehen mit dem hier und dann erstmal erstmal da war die leitung nicht lang genug oder was das habe ich jetzt nicht verstanden gehen wir noch mal rein ich habe jetzt wenig bock auf lange kämpfen und einmal so zick zack rennen hat nicht viel gebracht jetzt ist wieder alles völlig egal weil aufgepfiffen hier müssen wir rein sollen die da ruhig rumschreien und keine ahnung was ist mit auf was so lösung dort rein hier kann dich nicht hier Examh leact das So, damit haben wir die eisgekühlte Lösung. Oh, das haben wir vergessen. Der Raum leer? Ja. So. So, bleibt doch mal ruhig sitzen. So, dann können wir jetzt hier wieder hoch. So, zum Beispiel, dass er einfach anfängt, hier ordentlich vor sich hinzufackeln, bleibt schön liegen. So. Du meinst, nochmal aufstehen zu müssen, oder? So ein Arschloch. Okay. Dann die Lösung da rein. Da ist, was wir suchen. So, den lassen wir mal eben liegen. So, den Chip haben wir. So, was geht denn los? Bremst! Hallo? Bremst! 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 Alter, bin ich mir erschrocken. Ist der da jetzt reingekommen? So. Den fackeln wir jetzt ab, weil... Das ist jetzt nicht so, dass es kommt. So, das müsste jetzt eigentlich dein letzter Fehler sein, oder? Ja. So wollte ich das doch. Und jetzt können wir endlich mal hier in den Computer hineingucken. Byron Cartwrights Posteingang. Ab seiner William Birkin. Betreff, wichtig, erhöhte Sicherheit. Wann ist Nest ein Nest für Spione geworden? Letzten Monat... Letzten Monat drei. Diesen Monat sogar vier. Und das sind nur die, die wir erwischt haben. Sorgen Sie für Sicherheit, Cartwright. Oder sollen wir enden wie Ihre Vorgänger? Äh, wie Ihre Vorgänger. Ich schränke außerdem... Außerdem ab heute den Zugang zum Westbereich ein. Ignorieren Sie alle Anfragen vom Hauptquartier, die mit G zu tun haben. Die Schlipsträger tragen sowieso nichts zu diesem Projekt bei. Absender No Reply. Automatisch generierte Mail. Treff. Ahnung. Unautorisierter Zugang festgestellt. Unkrautvernichter durch unautorisierten Mitarbeiter im Ostbereich freigesetzt. Pio 51. Pio 51. Das waren dann wohl wir. Mit seiner... Seinem Zugang. Okay, ähm... Das können wir wegpacken. Lass uns mal eben kurz schauen, wie das hier in dem Bereich aussieht. Hier haben wir was vergessen. Und zwar ein blaues Kraut. Wollen wir das holen? Für die 100%? Nee, ne? Nee, kommt das... Äh, echt jetzt. Das... Das lasse ich liegen. Ähm... Was ich ganz gerne wollte, ist... Mal kurz gucken, wie viele gemischte Kräuter wir da haben und so. Oh, da haben wir eine ganze Menge. Da haben wir zwei grüne drin. Können wir auch, äh... Können wir die auch hier auseinander kombinieren. Warte mal. Wegwerfen. Ja, ja, genau. Natürlich wegwerfen. Nee, ähm... Wir werden es benutzen. Damit es uns wieder gut geht. Haben wir natürlich das Problem mit... dieser Waffe, dass die leer ist. Den hier brauchen wir nicht mehr. Der braucht schon einen unbrauchbaren Pokal. Okay. Dann haben wir hier alles sortiert. Können jetzt abspeichern. Und wissen beim nächsten Mal... ...dass es weitergehen wird... ...in den... Was Bereich? Im Ausbereich? Im Westbereich? Äh, ist ja egal. In den anderen Bereichen. Also, ich danke für's Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Resident Evil 2. Ciao! Outro Outro